Hallo und herzlich willkommen zurück zu KSL Ultimate, dem ultimativen Mockpack. So, hab ich auch mal gesagt, gucken wir's mal an. Mit Kaden, Loxion und meiner Kiebzer Kleinigkeit. Was? Und Pombären. Ja, Pombären. Product Placement. Schon wieder. Ich hatte eine Umfrage dazu. Genau. Pringis hat ihn gewonnen, gell? Tuss. Darf ich das überhaupt sagen? Oh Gott, die wissen dann, wo sie mich finden können und wissen, was ich für ein Mensch bin. Dazu müsst ihr mal ins Tuss schauen. Und die müssen erstmal wissen, was das Tuss ist. Da fängt's ja schon mal an. Tut es nicht. Hört auf mich. Tut es nicht. Hab ich echt keine? Haut da nicht rein. Ich muss Schweine quälen. So, achso, Basic. Ja, ich brauch Basics. Ich will immer noch ein Kürbis. Ach, das ist Milch. Warte, ich brauch ehrlich gesagt. Nicht, will nicht unsere Schweine quälen. Huch! Ups. Black. Weiß nicht. Okay, ich muss auch unsere Schweine quälen. Du kannst die vorher bitte vermehren. Hast du keine Karotten? Stimmt, ich hab Karotten. Dann vermehren ich Schweine. Genau, und dann kannst du die Eltern quälen. Dann kann ich die Eltern quälen. Eins davon. Ach, Caps Lock ist an. Ich dachte gerade, hä? Warum schreibe ich so groß? Wann? Wieso schreibst du so groß? Was ist das? Venice! Komm her. Na, ihr zwei. Halt, zwei. Wollt ihr ne Karotte? Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Nein. Ich hab keine Schippe mehr. Ich hab drei Thaumium in Götz. Ich hab ne Portal Gun. Ich hab ne Logik Matrix Programmer. Warum findet sie immer Sachen, die wenn man selber sucht? Finde ich Sachen. Hm. Also ich... Sie sucht doch Sachen. Sie findet sich Sachen. Richtig. Ich bin halt... Cheater. Nein, ich bin gerne unterwegs. Um Sachen zu finden. Ich hab hier ganz viel verschiedenes Zeug. Sachen. Ja, ich hab hier... Was ist ein Creeper? Da, da. Ich hab hier... Ich hab hier Ash Stone. Ich hab hier Basalt. Ich hab normalen Stone. Bin in einem Stone Bio. Ne. Vulcano. You don't say. Vulcano Bio. Logs macht ne ganz große Schmelze. Zumindest schaut's irgendwie so aus. Obwohl es eigentlich Basaltbrick ist. Oh. Logs schmelzt sich später selbst. Ja. Ich könnte euch mal die Kakteen aufstellen. Haben wir noch Sand? Acht Stück. Passt perfekt. Acht Kakteen. Acht Sand. So, ob was abgezählt hätten. In einem Cherry Hill. Cherry. 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 Cherry Hill. Cherry. Cherry Tree. Ähm. Geronimo. Könnten wir eigentlich mal das andere Zeug dann noch umziehen lassen? Wer macht's? Bin ich da? Äh. Warte, ich pflanze. Können wir mal ein bisschen was zu essen einpacken? Ach, nehm ich den Baum hier weggemacht hab. Wenn ich das hier schon mal seh. Warte, ich bin hier zum Glint. Ist das auch Blackberry? Hey, you. Oh, egal. Hey. Zeig mir den Baum. Hey, you listen. Oh nein, nicht das Viech. Das ist so nervig. Ich hab hier ne Aura. Krieg die nicht kaputt. Äh, Zeug umziehen lassen. Haben wir überhaupt zu viel Speicher? Krieg die Aura nicht kaputt. Wird mal gerade sein. Geh kaputt! Sollen wir die jetzt jetzt hier lassen oder mitnehmen? Ich meinte das Tinkas Zeug. Achso. Au, au. Wische. Tinkas, dann nehmen wir halt mal Tinkas mit. Bring ne Aura, Meld, ich bring ne Aura. Roter Wald. So ein Wald. Oh, ich hab keinen Platz mehr. Ja, woran es überlegt? Die ganzen Pattern. Ich nehme Tinkas mit. Das ist ein Teil davon. Wo bauen wir überhaupt Tinkas auf? Wir haben hier noch keine gescheite Ordnung. Richtig, das ist nämlich das. Darum sollte man sich vielleicht mal kümmern. Tinkas sollte bei der Schmelze aufgebaut werden. Und darum... Dann sollten wir die Schmelze nach unten verlegen. Ja, das kann man ja nach unten hin erweitern. Das ist ja kein Problem. Und darum dann ein Haus. Oder so. Hier kommt mein Zauberreich hin. Also mein Labor. Das reicht das Zau... Okay, du verzauberst uns hier. Ähm, ich mach mal... Ich mach mal eine Zwischenstation für Tinkas. Das ist... Das fehlen mir die wichtigsten Sachen. Timberland. Alter, ich will doch nur ein Kürbis. Kann doch nicht sein. Ich hab ja aber auf jeden Fall Schafis. Schafis. Wird fast voll. Das kann weg. Achso, ich hab schon. Ich bin hier incoming in 3, 2, 1... Da ist sie doch. Oha, ach, zweite ist auch noch da. Warte mal. Wir haben dann vier Formium Ingots, oder? Maybe. Ich sag doch nicht ja, weil ich weiß noch nicht, wohin das führt. Mir ist nur eingefallen, dass du statt... Papier... Ja... Ja, Formium verwenden kannst. Das sind auch ein Modifier mehr. Das tue ich noch, das weiter entspannen. Ey, das ist ja ein Schöner. Oh, was du das sagen willst, sehen Sie in der nächsten Folge. Ne? Das ist cool, hier bleibe ich. So. Wir glauben... Achso. Das war selbst. Haben wir hier noch Sonnenaufgang? Echt... Schön hier. Du bemüsst. Ding, 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 ding. Ding, ding. Huch. Hey, Andy bleibt da. Andy? Äh, wir haben ja schon... Wo haben wir den ganzen Basalt her? So, den hab ich da reingeschmissen. Ne, hab ich nicht. So, Enderman überrascht. Hab mich zu ihm hingeportet und getötet. Und was auch immer das hier für Seen sind, ich glaube Sludge... ...Wir wird auch nachträglich produziert, weil die Blumen schweben. Warte mal, kann ich nicht auch einfach den machen? Zack. Nein, ich pack fest. Scheiße. Super. Llelelelelelele. Ich will was kurz ausprobieren. Kann ich mich nicht mit einer Ränderperle... ...da so importieren? Tatsache, geht. Dann komme ich da auch durch. Hä? Hä? Hm? Hä? Da werde ich draußen... Ich hab... Oh, ist das geil. Verdammt, wie kann ich... Au, au. Löff die Perle, löff die Perle, löff die Perle. Ich hab hier ein sehr... ...könnes Village gefunden. Mit Laubdächern. Okay. Laubdächern? Ja, das sieht richtig geil aus, weil das in so... Wie heißt das Biom? Growth. Sieht richtig gut aus. Ah, cool. Halt wollte ich nicht eigentlich... ...filme in Lava hier fertig machen. Genau, mal ein Waypoint hin, auch wenn mir das nichts bringt irgendwie, weil... Teleportieren kann man sicherlich. Aber du hast den Waypoint. Waypoint. Wie viel brauche ich dafür eigentlich noch für das Wim in Lava? 3. Hm. 1, 2... ...diesem Gras. Gras, 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 Gras. Ich müsste nur dann irgendwann mal wieder nach Hause finden. Also, ich bin sehr weit weg. Bin plus... ...143 und plus... ...1849. 1849. 1849. 1849? Hat er irgendwas? 1849? Oh Gott. Oh Gott, hier brennt's. Nein! Stopp! So. Machen wir die Schaufel wieder ganz... You shall not burn! Weißt du shall not burn? Burn! 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 So, ich bin jetzt gerade leicht planen, was ich euch machen wollte. Okay, sollte... Kürbis! Wir brauchen immer noch Kürbis! Okay, ich geh'n Kürbis sammeln. Den du allerdings als Zuzids machen musst und ja. Ja. Die müssen wir anpflanzen. Was bist du? Akazier. Ich brauche einen neuen Scrapper. Kürbis gefunden. Oder so. Oh! We're out of... Brenner. Wir sind out of Strom, kann das sein? Wirklich? Ja, power is low. Energy score is zero. Ja, ich würde sagen, ja. Ja, ich würde sagen, ja. Schon wieder alle, alle. So, ich laber sammeln, gar nicht mal. Den Magnetik machen wir ja gar nicht. Ja, du kannst aber einen machen. Dann mache ich noch einen Endertank und dann... Ja, das... Problem schon mal gelöst. So, Strom. Äh, ja. Hä? Und wie soll ich das bitte machen, wenn ich nicht auf unsere Zeug zugreifen kann? Hm. Du kennst mein Problem? Äh, wie kriege ich jetzt da unten Strom rein? Haben wir nicht eine Zelle, die absaugt? Stell sie um. Also, auf Output. Dass sie den Strom, den sie bisher bekommen hat, wieder abgibt. Da ist nichts drin. Ich wollte gerade sagen, ist dann nicht schon empty? So, jetzt müsste das ME-System wieder Strom haben. Die ist auch schon empty. Was hast du denn gemacht? Generale eingeschaltet. Ach, sag doch was. Den hinten in der Ecke. Ach Gott, sag das doch. Das... Dachte der ist leer. Ja, ich dachte der ist... Naja, ganz leer ist er noch nicht. Ah Gott. Ähm... Aber lass Karten erstmal zappeln. Ja. Ach, Invar wollte ich machen, da. Ach, brauche ich gar nicht, hab Invar. Invar, brauche ich kurz Copper. Hat einfach das dann Expansion Kupfer. Ähm... Dann brauche ich Redstone. Ach, ich bin doch so blöd. Boah, ich bin doch so blöd. Warum? Ich hab doch ne Portal Gun. Ich hätte mir jetzt da hinten ein Portal hinsetzen können. Naja. Hier ist ein blauer Baum in Wissen von Pinken. Was ist das für einer? Oh, Silverwood. Brauchst du Silverwood? Ja. Wird mir leid, aber die Aura da drin muss ich dann Wurzbrot machen. Ach, ich brauche Silver. Shit. Nicht Gold. Und das dann auch nicht. Silver. Ah, es ist sowieso keine Aura drin. Äh, Redstone brauche ich aber trotzdem. Ach, ich habe ja Redstone. Tch. Zufall. Halt, Moment. Ich brauche Eisen, oder? Ich brauche Eisen. Halt, Moment. Hi, Redstone. Er gibt mich kein Setting. Oh, Hi. So. So, sagte er. Oh. Es buckte sein Essen aus. So, ich habe mal gemerkt, bl 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 bl, ich habe einen Dynamo. Soll ich dir damit anschließen? Hier so? Oh. Dann nehme ich ihn jetzt eigentlich das blöde Holz mit. Oh Gott. Schnucki. Wenn Schnucki. Mach doch mal. Frag mir auf das Vögelchen. Äh, soll ich es direkt an die Leitung packen? Oder? Eigentlich schon, oder? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich erst mal ein Brot. Und klippe an der Decke. baden geht schon wieder an die decke ich halte das nicht aus ic rubber trees damit wir haben keine glaube ich ich bin voll dafür dass du hast du dass ich also wenn man dafür dass du ja nein ich komme zu dir und die schmelze ist dreimal drei groß richtig die muss was wirst du hinaus dass du die schmelze hier hinten rein baust ins eck weil dann können wir nämlich hier in die wand den endertank reinstellen und können zwei sachen gleichzeitig versorgen das lächelige sich von dem creeper den kann man nicht ernst nehmen oder wie martin fischer jetzt sagen würde der wahnsinn kommt langsam aber er kommt ich muss weg vielleicht schon mal erst mal kannst du den es ist aber doof warum hast du das warum hast dir zwei getrennte stromkreise gemacht einfach weil er weil damit sie sich nicht ins geht nein warte die sind nicht getrennt wie du siehst nein hinter der wand sind die verbunden glaub mir wenn ich sage sie sind hinter der wand verbunden nein es sind immer noch zwei getrennte stromkreise nein das schau her schau mal her das hier ist nicht verbunden also sind zwei getrennte stromkreise meinetwegen wurde ich jetzt vergiftet dann hängen mal das ding ey baust doch um mir ist es doch wurscht mir ist es wirklich relativ macht was ihr wollt da ist nichts mehr drin jetzt ist zusammen gott ok es bringt nichts wenn wir beide gleichzeitig daran bauen weil die dann eine andere vorstellung hat was für eine vorstellung hast du denn ich weiß nicht was du jetzt hier machen willst was denn das da unten nach fluid er will umbauen er hat den drang dazu weil er der meinung ist es sind getrennte stromkreise warte mal auf was er tut dinge heute sehen sie ein nitro creeper beim arbeiten ein ist es ist strange da liegt ganz viel holz und hier die kate noch so was hatte ich vorhin auch der da hinten ich glaube das war hier schon mal wer sonst würde diesen bescheuerten baum abreißen genau das dachte ich mir auch wie macht man den roadway mit mixed sand und es ist noch welches da im system das gerade aus ist der nun nicht mein problem hat nur gesagt dass welches da okay dann schlage ich jetzt vor dass wir hier maschine machen der strom dann von hier kommt hat du gerade gefragt ob er mit dem bau schon fertig ist wir machen hier in die wand die stromleitung frakt das dachte ich da geht so lang da hat nicht mehr zu so lang doch ich höre euch schon ja du hörst uns aber du hörst uns nicht zu er ist ein gewaltiger unterschied frauen hören auch aber sie hören nicht zu das thema hatten wir erst letztens oder ich habe hier zwemms wenn ich will noch kurz meine inventarier machen ich bin gerade so ein ganz klein wenig voll voll so ich bin haarschaft am haus vorbei und jetzt fliege ich wieder östlich ich habe mir anders überlegt im letzten moment gut dann zieh mal die die und du jetzt hier einmal rund um agenteis ich bin in einem gleich hier bei jungen bei pp jungen und ich auch blitz oder gibt es sie jetzt alles ist als man scheiße als man scheiße wie brauchen wir sagt uns sagt du es ist immer gut der dus habe doch eine fortune free hast du die zelle ja ja dann stellt sie mal dahin da an den hast aber auch ein befehlston in die wand stellt sind die wand hat ich auch gerade vorwartet mache ich hinten gleich zum output also dem habe ich kein befehlston was für ein ich habe ich habe spring water gefunden das wohltuende bad während ich einem waldbrand zuschauen und hier gibt es ganz viele lavaseen dafür und und soll ich mir das spring water markieren mach mal bis später falls wir mal in promised land waren das dauert noch bis wir in promised land waren warum lustige erze warum endstone endstone ist kein problem wie ich sagte wir müssen nur tief genug wir haben sogar endstone müssten wir haben oder habe ich nicht habe ich schon diese hives gefunden die donk noch hier ist ganz viel spring water aber ich will mitnehmen ich kann noch nicht gern wo wir so mit matic dynamo ich jetzt hinhaben so scheiße stimmt da habe ich jetzt nicht gebaut warte mal ha 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 so und ob lox dieses problem lösen kann sehen sie in der nächsten folge bis dahin tschüss tschüss